Hallo VerteLauds, VerteLadies und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Minecraft-Folgen-Reihe. Er hat es verhauen. Was habe ich denn verhauen? Oh guck mal, die sehen aus wie Weihnachtsdinger. Ja, geil oder? Ja. Oh, es ist Weihnachten. Es Geschenk. Ein Diamant. Ein Diamant. Ja, ein leckerer Diamant. Okay, wir werden jetzt weitermachen. Könnte man sehen, dass ich dich böse angucke? Dann würde man sehen, dass ich dich böse angucke. Ich wollte etwas sagen und du hast geredet. Einfach so. Ja, das tut mir leid. Ja, das ist für dich. Ja, bitte. Sprich. Sprich. Also da steht eine Kiste. Ja. Und? Wo bist du hin? Achso, du bist weggelaufen. Okay. Ja, ich bin weggelaufen. Ja, was ich sagen wollte, diese Weihnachtskisten, die gab es letztes Jahr schon und tatsächlich, das ist glaube ich Folge 50, 60. Da hat man diese Kisten auch. Das ist nämlich vom letzten Jahr. Das weiß ich noch ganz genau. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Du musst rüberkommen. Hier ist eine rote. Ja, die kenne ich auch. Aber ich weiß nicht, wo du bist. Yeah, das ist voll cool. Ah, da hinten. Okay. Ja, ich bin hier hinten. Und hier hinten ist auch diese Höhle. Okay, dann gucke ich mir eben die rote Kiste extra für dich an. Ja. Und dann, äh... Hast du noch was vor? Ja, natürlich habe ich noch was vor. Ah, hier. Wir haben nämlich die Monsters an und, ähm, ja, das ist Angst. Und die attacken uns dann. Und deswegen muss ich mal eben nach Hause. Ja, mal gucken. Home Sweet Home. Äh, bring mal ein Schwert mit. Ich habe nämlich gar nichts. Echt nicht? Äh, da. Home Sweet Home. Also hier können wir unsere Kohle abbauen. Äh, unsere Kohle. Äh, ich meine unsere Pflastersteine. Ach so, okay. Die wir für unsere Burg ja brauchen. Ja. Wir müssen noch ein bisschen hier vorbereiten, äh, und aufbereiten und so. Bla, 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 bla. Oh, die Kisten. Das sieht ja echt witzig aus hier im Lager, ne? Ich, äh, ich gucke mich mal um, ja. So, wir haben rohes Rindfleisch. Dann haben wir Leder. Rohes Rindfleisch. Dann haben wir wieder rohes Rindfleisch. Hühnchen. Karotten bringe ich mal mit. Kartoffeln. 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 Kartoffeln sind lecker. Äpfel. Äh, Weizen bringe ich auch mal mit, ne? Wollten wir auch haben. Ja. Brot habe ich. Einen goldenen Apfel habe ich auch. Oh, ein goldener Apfel. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht da. Okay. Ein Schwert habe ich auch nicht, aber das macht dir nichts. Du kannst dich gut selbst verteidigen. Da sind noch zwei Diamanten. Hast du eine Rüstung? Äh, guck mal. Ja, ich habe einen Diamantbrustpanzer und einen Helm. Okay, dann bringe ich dir noch eine Hose mit. Mehr habe ich auch nicht. Ja, das ist super. Ja, bitte. Das ist äußerst nett von Ihnen, Herr Momo. Ähm, wend mal, da fällt mir was ein. Der Overlord Momo von zu Hause. Richtig, der Overlord Momo von zu Hause. Oh. Ach, ich habe ein Schwert. Du hast ein Schwert? Ja, Eisenschwerter. Du kannst direkt das TNT mitbringen. Ich kann auch einen Bogen mitbringen. Ja, das kannst du auch machen. Oh, Stärkungsschlag. Aber bring das TNT mit. Das TNT für unsere Sprengaktion. Hä, wo haben wir denn TNT? Das müsste bei dem Stadion sein. Bei unserem kleinen Stadion. Ja, hallo, hier. Ja, dann nimm das alles. Alles mitnehmen. Alles? Alles. Ich bringe mal zwei 64er Stakes mit. Ey, ich bin alles aber. So, ein Feuerzeug bringe ich auch mit. Moment, da muss ich aber eins machen. Nein, 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 nein. Wir haben eine große, kleine Insel hier. Was? Wir haben eine große Insel. Ich habe doch eine Truhe. Warum habe ich eine Truhe? Hörst du mir aber zu? Ja. Ja, aber du bist ja beschäftigt. Teilweise. Ja, das tut mir leid. Ich wollte dich ja nicht in dem Stern, was du da auch immer machst. Was? Was? Ich habe immer ruhig zwei Pfeile. Ist das denn vorzustellen? Zwei Pfeile habe ich. Und du hast zwei Beine? Pfeile. Achso. Ich habe auch zwei Beine, ja. Oh, er hat zwei Beine. Oh, jetzt habe ich sogar zwölf Pfeile. Oh, noch ein Brot. Ich frage mich, was das Brot hier macht. Ich glaube, ich habe irgendwas mit in Ordnung. Hanf pflanzen, yeah. Nein. Was? Hier unten, Hanf. Hanf. Hey, cool. Haben kein Hanf. Cool, Hanf. Hanf. Oh, Hanf. Ich würde dir auch ein Bogen. Oh, hier ist ja noch ein Feuerzeug. Egal, ich lasse das hier. Hier sind noch zwei Pfeile. Sticks habe ich nicht da. Ah, dann lasse ich das. Leder. Haben wir noch was zu futtern drin? Ich sehe es nicht. Einmal habe ich. Die wollte es ja haben, ne? Äh, ja. Wollte ich haben. Ja, wollte ich haben. Damit wir... Ja, ich kann nicht schnell laufen. Ich muss was essen. Damit wir das ganze Gras hier wegmachen können. Ich ziehe mir mal eben ein Brot rein. Auf zwei. Auf drei. Auf vier. Auf vier. Ja, nee, warte. Vier Brote ist zu viel. Dann ziehe ich mir lieber noch einen Apfel rein. Wie kann man nochmal die Karte zoomen? Also, oder rauszoomen? Oder geht das überhaupt hier gar nicht? Was denn? Unsere Karte. Zoomen. Ah, zoomen geht über Z. Aha. Hätte ich hier aber sagen können. Hättest du hier gefragt, ne? Ja, war ich doch gerade. Aber ich habe es dann selbst gesehen. Okay, siehste. Du hast zu spät gefragt. Hm, ich habe auch noch Eimer mit Inhalt, ja? Krass. Oben sind doch noch welche, ne? Ich habe oben noch Eimer. Was sagt ihr? Ich habe euch nicht verstanden. Ne, ich, äh, Kisten meine ich. Aber ich habe hier oben tatsächlich keine Kisten. Ja, du hast es ja passiert. Oh, komm, wie schön das aussieht. Da gibt's schon einen Screenshot. Du musst mal hierher kommen. Wir müssen uns nämlich jetzt überlegen, wo wir denn anfangen, wo der, wo das Tor unserer Burg ist. Wo das werte Tor hinkommt. Okay, warte. Äh, ich muss mal eben... Ja, du musst mal eben, ja. Zum Leuchtturm. Ja, was musst du denn? Ja, ich muss da hin. Du musst da hin. Du musst da hin. Du musst gucken, was in den Kisten ist. Und dann teleportiere ich mich zurück zu dir. Und dann können wir weiterbauen. Ja, äh, ich fange dann schon mal an mit dem Rand. Ich bringe Sachen mit. Oder, ne, ich reiße noch die Bäume hier vorher ab. Äh, wir müssen aufpassen, dass unsere Schafe nicht flüten gehen. Oh mein Gott, hier ist ja so gut wie nichts drin. Okay, ich komme zu dir. Moment. Ja. Du kannst weg, Punkte. Zack, einmal ganz runter. Ich überlege, ob wir hier die Bäume stehen lassen. Das gefällt mir hier. Wo bist du denn? Ich bin auf der Ecke. Da, wo die Bäume sind. Da, wo das Licht ist? Oder? Ah, guck mal. Ja, links von dir. Links. Nicht, wo das Licht ist, sondern links von dem Licht. Ja. Ja, okay. Dann gehe ich einfach mal hier hoch. Und setze die Fackeln in der Hand. Und setze die hier hin. Ah, eine Fackel. Ich sehe ihn. Hallo, hallo. Ich bin hier drüben. Hier drüben. Master Momo. Ja, danke. Ja, bitte. Ich fühle mich geehrt. So, Moment. Ich setze mal eben eine Kiste hier hin. Oh, ja, mache das. Mache das. So, und ja, am besten... Ja. Ringsherum... Oh. Ringsherum um die Kiste ein paar Fackeln. So, dann wissen wir Bescheid. Hier ist, äh, das sind Sachen drin, ne? Hier hast du dein TNT. Ein Schwert. Ja. Zack, zack. So, du kriegst noch, äh, 32 Äpfel tue ich mal hier rein. Ja, mach mal. Tu mal rein. Oh, die Kartoffeln wollte ich in den Ofen packen. Warte, die... Die Kartoffeln. Wir haben jetzt keine Kohle hier, ne? Ja, wir können aber mit Kohle abbauen. Also, da hinten ist Kohle. Ich habe welche gesehen. Also, wir müssen nicht... Ja, okay. Dann, äh, mach mal in den Ofen und so. Oh, ich packe mal alles an Essen hier rein. Oh, aber die Pfeile behalte ich. Ah ja, äh, warte mal. Crafting Table, wo habe ich... Ah, dein's. Crafting Table? Ja, pack den mal daneben. Ja, ich mach die Fackeln direkt. So, was hältst du davon, wenn wir hier unseren Eingang hinsetzen? Was? Den Eingang unserer Burg. Ich bin nämlich noch nicht so sicher, wo wir denn, wo wir das machen sollen. Ja, jetzt ist, jetzt ist voll schön. Oh, nein, du brauchst das. Nein, du hast mir das. Äh, wo sind die Weizen, die Weizen, die Weizen, die Weizen, die Weizen, die Weizen? Ich kann das noch zehn weitere Brote machen, Alter. Zehn weitere Brote? Jo, man, zehn Brote. Ja, geh weg da, Schaf. Ey, voll der Schaf schüttet sich auf den... Äh, voll der Schaf, ey. So, ich habe jetzt, äh, selber zehn Äpfel. Ich, äh, packe noch ein paar drauf. Jo, ein Ofen. Ja, hier ist noch jede Menge Essen drin, also wenn du was brauchst, ne? So, ein Ofen. Schaf, du bist im Weg. Geh mal weg hier. Geh mal weg, Junge. So. Dann kann man das jetzt hier hängen. Ein Ofen, geil. Wo ist denn Kohle? Dann hole ich mal eben Kohle. Kohle, 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 Kohle. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ich laufe hinter dir. Dann werde ich dir das zeigen. Und, äh, ich werde dann einfach mal irgendwo anfangen, wo man was anfangen kann. Äh, ja. Das hört sich jetzt sehr crazy an. Ich mache einfach, ich setze schon mal so ein paar Grenzen. Und den anfangen... Wow, ich bin im Wasser. Ich habe sich nicht mehr. ...den überlegen wir uns dann später. Ja. Guck mal, da ist ein Schaf. Ja, da ist ein Schaf. Ein sehr nettes Schaf, das ist, äh, Bob der Dritte. Ach so, Bob der Dritte. Bob der Dritte ist das. Hier, hier, hier ist unsere Kohle. Du kannst das ruhig ein bisschen weiter ein, äh, ausbauen hier. Ja, ich, äh, wohnen, wie du willst. Nämlich hier kommt unser Verlies hin. Hast du eine Spitzhacke? Ja, habe ich. Warum? Okay, dann gib die mal bitte her. Okay. Mit dieser Spitzhacke, die hat nämlich Brutsamkeit, kann ich nichts machen. Ja, dann schmeiß mal deine Spitzhacke rüber. Da, ist meine Brutsamkeitsspitzhacke und dann kriege ich deine. Jetzt, äh, ah, das ist meine. Nimm die mit und dann hätte ich gerne eine vernünftige andere. Also, meine ist zwar auch vernünftig, aber... Ja, nehmen sie, nehmen sie. Danke, sehr, sehr freundlich. Lasterstein. Oh, krass, ich habe XP's gekriegt, ey. Habt ihr das XP's gekriegt? Ich gaine die Dinger gerade, ey. Wo waren unsere Mega... Ach, da hinten ist die Megakiste. Ja, aber direkt neben dem Teich. Hör mal hier, ich habe Kohle. Was, Kohle? Die Kohle in der Tasche. So, das müsste reichen. Jetzt brate ich uns, äh, Zeug im Ofen. Ja, das ist die Kohle. Das schmeckt doch gar nicht. Muss, muss. Oder doch, das schmeckt. Muss. Oh, ich bin schon wieder im Wasser. Ich lande jedes Mal im Wasser. Du Hornachse! Nein! Das sind die Schafe schuld. Ich kann doch nicht scharfen. Ja, natürlich. Weißt du, was ich mich frage? Nein, was fragst du dich? Die Monsterns, die sind schon an, ne? Ja, ich denke schon. Müssten sie. Ich habe noch keins gesehen. Ich habe die auch noch nicht gesehen, also. Äh, was tun wir denn? Hier, Ofenkartoffeln wollen wir haben. Ein bisschen Fleisch wollen wir haben. Ja, das wollen wir ja nicht. So, dann... Ah, ich würde sagen, erst mal Ofenkartoffeln. Ofenkartoffeln? Oh, Ofenkartoffeln. Ja, dann musst du nur... Oh, Ofenkartoffeln. Oh, Ofenkartoffeln. Ja, wenn der gleich nicht mehr glüht, dann weißt du, Ofenkartoffeln sind fertig. Okidoki. So, dann baue ich mal derweil die Bäume hier ab. Steve, Steve will nicht laufen. Steve ist heute faul. Hat keinen Bock. Ja, dann... Faul ist Socke. Können wir heute nicht arbeiten? Ja, doch, das wird schon gehen. Reiß doch nicht den Baum an. Wieso? Den Baum wollte ich stehen lassen. Der war so schön. Die sind alle gleich. Die sehen alle gleich aus. So, äh, Herr Momo, kommen Sie mal hier rüber. Ja, wo? Ja, ja, ja. Ich, äh, hier an dieser Spitze. Was halten Sie davon, wenn wir hier den Eingang hinbauen würden? Hier den Eingang. Und wie willst du dann da runter? Äh, das weiß ich nicht. Das ist ziemlich scheiße. Ja, hast recht. Hm. Ja, das ist ja nicht scheiße. Das ist ja nur die Frage. Wie sollen wir das bauen? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich mach mal hier so Ganze, ne? Ja. Ja, gut. Ich, äh, 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 kümmer mich umräumen. Ja, ich geh mal rechts rüber. Da ist nämlich Land und, äh, da könnte man einen Anfang hinbauen. Wir müssten dann so eine epische Treppe haben mit einem epischen Eingang. Hier ist gerade Holz runtergefallen. Was? Wie kann dir denn sowas passieren? Grober Baufehler. Unmöglich, Herr Momo. Nein, jetzt komm ich nicht mehr hoch. Unmöglich. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Oh, mein Gott. Nein. Oh, ich hab den perfekten Eingang gefunden, mein Freund. Ja, okay. So, wir haben schon ganz neun Oben. Ey, du kannst doch nicht unser Gras jetzt. Bist du doof? Was? Das Schaf ist unser Gras hier. Ja? Ja. Das haben Schafe so an sich. Die Kiste ist offen. Das ist am Schaf fahren. Ja, das machen die so. Das haben recht, ja. Das ist, äh, Schafstüge ist verhalten. Hier, 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 wo Fackel ist. Wo Fackel ist. Kommen Sie rüber, kommen Sie rüber. Hier ist auch ein Schaf. Da ist, oh, ein Schaf. Und, meh, ich versuche mit ihm zu kommunizieren. Zu kommunizieren. Was hältst du hier von den Eingang? Hey, au, au. Pass auf, ich hab eine Spitzhack ein. Und die ist verzaubert. Ne, was sagst du? Ja. Würde das Ihnen gefallen? Das könnte man hier so ein bisschen noch weiter ausbauen. Und da könnte man dann... Ja, das wär schön. Das wär schön, ne? Ja, das wär schön. Es müsste nur irgendwie hell sein, dann wär's vielleicht noch schöner. Ja. Ist irgendwie immer dunkel. Fange mal an. Ich fange mal an, dass... Haben wir hier oben echt schon alle Bäume weggeholzt? Ja, da hinten sehe ich noch einen Baum. Da hinten sehe ich noch einen Baum. Da hinten sehe ich noch einen. Den hole ich mir. Aber wenn da eine Fackel ist, machst du die nicht kaputt. Warum? Ja, weil ich, äh... Die Bäume nicht kaputt haben will, die mit Fackel da und sind. Die sind besonders. Der muss dranbleiben. Na gut, besondere Bäume bleiben stehen. Genau. Okay. Dann komm ich jetzt gleich zu dir und helfe dir. Ja. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die du benötigst für den Bau? Pflastersteine, wir brauchen jede Menge Pflastersteine. Gut, Pflastersteine bringe ich mit. Ja, und ich hab direkt unseren bemusten Pflasterstein mitgenommen, weil den will ich auch verbauen. So, ich hab schon... Und du möchtest das dann natürlich auch. Ich hab neun Ofenkartoffeln für jeden von uns. Was sagst du? Ich hab neun Ofenkartoffeln für jeden von uns. Neun Ofenkartoffeln. Ah, da freue ich mich doch auf leckere Ofenkartoffeln. Oh mein Gott. Ey, du... Oh. Noch eine Höhe. Oh. Das ist aber schick hier. Die Ressourcenkiste, aber hier sind keine Steine. Hier ist ne fette Höhle. Hier ist ne fette Höhle. Das ist doch perfekt hier. Oh, ich hab wieder Hunger. Der Steve hat ganz schön schnell Hunger. Ganz schön schnell... Oh, ich hab auch Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab richtig Hunger, Mann. Ich verhungere gleich, Mann. Okay, ich bringe dir deine neuen Ofenkartoffeln. Komm her. Hier, gib her. Hier, zack. Und dann hab ich hier noch ein paar Äpfel. 22 Stück an der Zahl. Und jetzt mal was futtern. Hier, da liegen noch Äpfel, hier. Die Äpfel. Nimm die Äpfel, Junge. Ah, was Leckeres. Guck mal, da kommt schon der Mond. Der will die Äpfel auch haben. Los, komm mit. Komm mit. Du musst jetzt hier ein bisschen hier runter. Wow. Guck mal, hier ist ne Höhle. Ist ja richtig schön hier. Ja, richtig schön hier. Ich überlege, dass wir vielleicht unterirdisch auch noch was machen. Ja, ein Verlies und noch viel mehr. Ja, hier könnte man noch so einen Eingang machen. Also, du sagst, wir brauchen Pflastersteine, ne? Ich hab keine Fackeln mehr, aber ich mach mir neun... Ich mach mir neue. Du machst die neue? Ja, ich hol mir hier ein bisschen Kuhle raus. Ja, mach das mal. Das ist eine sehr feine Idee. Die Spitzhacke. Ich bräuchte eigentlich viel Spitzhacke. Ja, da hinten sind noch drei Diamanten. Machst du die eine? Dann brauchst du nur Holz. Wir müssen hier jetzt noch jede Menge Zeug bauen, ne? Das ist ja wie so ein Neuanfang, wirklich von Null irgendwo. Damit du das mitgenommen hast, was wir haben. Gewissermaßen, ja. Ja. Ja, aber ich find's schön, mal was neues zu starten. Wir müssen den Ort erstmal pimpen, weißt du? Wir müssen erstmal tunen. Ha, Minecraft. Was ein schönes Spiel. Was ein schönes Spiel. Unendlich lange spielen. Wenn man so viele Ideen hat. Ja, wenn du unendlich Ideen hast. Hier geht es zwar tiefer rein, aber wirklich was... Das geht doch noch hoch, Junge. Total entspannte... Liftmusik. Echt? Ja. Richtig passende Liftmusik. Wie cool das aussieht, wenn ich aus der Höhle komme. Scheint dir dann das Gesicht... Dann scheint mir die Sonne in die Gesicht. Dann scheint dein Gesicht... Nein. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. In die Fresse scheint sie dir. Boah, das wollte ich nicht sagen. Das wolltest du nicht. Ja, wir können uns ja anscheinend ausdrücken. Wir machen ja sowas nicht. Ich. Du. Du nicht. Du. Du hast das auch gesagt hier auch immer. Ja, ich hab das gesagt. Aber du machst ja auch. Oh, wir haben schon 16 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, wir machen eine Pause hier. Ja, und ich hab noch keine Spitzhacke gemacht. Ich glaub, das mach ich jetzt mal. Das machst du jetzt? Gut, dann... Ja, Gesundheit. Ja, Dankeschön, Herr Master Momo. Ja, was? Master Momo. Achso. Ich hab Master Momo. Ich hab... Oh, Ofenkartoffeln kann ich nicht nochmal in den Ofen packen? Keine Kartoffeln? Was für eine miese Appelung. Patsch. Oh, das tut mir leid. Tuck. Au. Und das war mit dem Schwört. Schwört? Da liegt übrigens noch eine Rüstung für dich. Die solltest du mal anlegen. Wo ist denn die Rüstung? Ach, die ist hier dann. Also eine Hose. Hose? Da sind Hosen. Hosen. Stahlhosen. Da ist ja nur eine Hose, du Eierkopf. Du sagst mir... Das sind ganz viele Rüstungen, aber das ist nur eine Hose. Hä? Stahlhosen. Ich hab das eine schick... Stahlhose. Jetzt trägt... Jetzt trägt der Hosen aus Stahl. Das sieht aus wie so Hotpants, Alter. Du hast Hotpants aus Stahl. Ja, Mann. Okay. Bist du cool? Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier diese Folge. Ich hab dich nie verstanden. Ja, macht ihr nichts. Dann würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge. Dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Der Drummer hofft auch sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Einen Daumen... Was? Einen Daumen nach oben. Genau. Einen grünen Daumen. Abonnieren, favorisieren und leiten. Das YouTube-Prinzip. Ja, genau. Okay, wir behalten uns recht jetzt für Zuschauen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss. Tschö.